Willkommen zurück zu Max Payne 3. Wir befinden uns hier immer noch auf diesem komischen Hafengelände. Und hier schaue ich mich jetzt erstmal wieder um. Hier gibt es doch bestimmt ein goldenes Waffenstücklein. Nö, gut dann nicht. Was liegt denn hier Schönes? Ist das so eine Waffe wie die da? Ne, das ist irgendeine andere Waffe. Boah, das ist ne Diegel, eiskalt. Malaria-Tagelsen könnte mehr da sein. Wunderbar, jetzt habe ich ne Diegel gefunden. Mit der habe ich bestimmt gleich noch jede Menge Spaß. Gehe ich doch mal zumindest davon aus. Und da habe ich schon was goldens gesehen. Das ist der zweite Teil zu dem goldenen LMG 30. Ah, nein, was tust du? Heb auf. Guter Junge. So, wenn wir so viele Tabletten haben, pfeife ich mir schnell mal welche rein. Einfach auf gut Glück. Ist wie beim einarmigen Banditen. Einfach den Hebel betätigen und alles wird gut gehen. Was ist das Vibe los? Na, die krall ich mir schon noch. Hoffe ich, denke ich. Keine Ahnung. Kann ich von hier was treffen? Nö. Mal ein bisschen umsehen hier, was von der Gegend mitbekommen. Aber hier ist es eigentlich ruhig. Warum jetzt diese actionreiche Musik? Hier ist doch gar nichts los. Zack. Okay. Alles klar. Alles klar. Yeah. Den haben wir erwischt. Zack. Jetzt habe ich mit meiner Diegel nur noch ein paar Schuss. Okay. 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 Und. Zang. Zack. Ich habe eure... Achso, ich habe gar keine Munition mehr. Ah, duck dich, Max. Duck dich. Wer will noch? Wer will noch? Willst du noch? So, viel Spaß mit diesem kleinen Gasbehälter. Habe ich doch gesagt, viel Spaß. Kommen wir von da hinten nicht gerade. Ah, aber hier liegt noch was Schönes. Zeit ist goldenes LMG 30. Jetzt haben wir wieder eine goldene Waffe komplett. Hier liegen Tabletten rum. Oh, apropos Tabletten. Ich sollte mir mal welche reinpfeifen. Ich war ja fast tot jetzt. Muss ich denn jetzt hier weiter fortschreiten? Ach, das ist die Waffe, die ich schon habe. Okay. Macht mir die Tür auf. Da. Komm schon, 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 komm schon. Okay, das war's. Wie ist ein Tod. Hätte ja auch zu gut klappen können. Aua. Wer will noch? Wer will noch? Du hast es schon. Wow. Ich hab das Schiff geschrottet. Nice. Ich bin ja gar nicht so blöd, wie ich dachte. Na komm, zeig dein Schädel. Hab ihn. Da, es hat mich angeblitzt. Was war es? Tu das nicht. Was zum... Okay, ins Wasser springen darf ich nicht. Dann kriegt ihr noch ein paar drauf, du kriegst auch noch ein paar drauf. Jetzt können wir es nochmal schön sehen gleich. Ja. Ja. Ja, wunderbar. So. Langsam macht ihr mich wütend. Hört auf, mich zu töten. So, ich denke mal, ihr seid jetzt alle bestens bedient. Und bang, 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 bang. Gehe ich schon hoch. Ich möchte das in Zeitlupe miterleben. Ja. Na gut, war jetzt weniger spektakulär, als ich erwartet hätte. Aber okay. Kann man so machen. Kann man so durchgehen lassen. Da gibt es noch ein paar Tabletten. Au, au, au. Lass das. Lass das. Ja, macht hier nicht so ein Krawall, Leute. Es ist alles in Ordnung. Ich bin nur hier, um euch alle zu töten. Ansonsten bin ich ein friedlicher Man. Äh, wow, 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 wow. Zack. Daneben. Zack. Betroffen. Da. Blöde Schiffe hier immer. Die sind ziemlich gefährlich. Boah, mir geht auch langsam ziemlich böse die Munition aus. Zack. Wenn es nicht kaputt ist. 100 Gegner erledigt. Mit was auch immer. Ah, hier gibt es mal wieder eine... Aber die Diegel, die will ich nicht wegwerfen. Da werfe ich lieber die andere Waffe weg. So. Oh, Entschuldigung. Jetzt mach ich hier Krawall ohne es zu wollen. Ich bin da, kann losgehen. Lasst sie los, ihr Schweine. Ich krieg euch ja doch. Ah, fuck, die sind auf nem Schiff. Nein. Oh Gott. Spring, Max! Spring! Und da springt er. Boah. Mann, ich war denen immer einen Schritt hinterher. Das ist nicht gut. Boah, das sieht ja mal Hammer aus hier mit dem brennten Wasser. Nice. Naja, das Wasser brennt nicht, ich weiß. Aber ihr wisst, wie ich's mein. Schaut mich nicht so an. Ihr wisst genau, wie ich's mein. Wer ist denn das? Passos? Bist du das? Ja. Max! Max! Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du, wo ist Fabianna? Sie haben uns beide genommen genommen. Den Weg. Wir versuchen das. Okay, okay, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Boah, jetzt wird's erst richtig spaßig, Leute. Bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, Mann. Hey, jetzt hab ich auch hier die goldene Waffe, wie ihr seht. Das ist dieses goldene MW, das ich jetzt hab. Von wo? Ah, da. Kommt ruhig, kommt ruhig. Oh, Gott. Gute Aktion, mein Freund, gute Aktion. Ja, das ist das, nicht wahr? Fabianas Bord ist in der Front. Geh es nicht. Okay, mein Freund, du kriegst deine Ladung schon noch. Wart's ab. Oh, die haben da schon wieder was Brennendes. Das gefällt mir gar nicht. Näh, 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 näh. Okay, ich muss hier also diese... Geht mal bitte weg. Oh, da kommt schon wieder Molotow angeflogen. Geh es nach ihnen. Zack. Wer will noch? Du willst noch? Na komm, werf noch eine. Ich trau... Ich trau dir. Ich trau dir das zu. Werf los. Das ist das Decoy-Bord. Shit. Grenade, grenade. Geh es nach. Ja. Was zur Hölle. Das ist nicht so gut. Fuck, Mann. Wo sind die Ender? Gib mir eine Sekunde. Ja, klar. Kein Problem. Oh, Mann. Komm schon. So, sonst noch irgendwer, der was drauf haben möchte. Nein. Oh, das könnte jetzt ein bisschen schmerzhaft für dich werden. Ich hab dich gewarnt. Boah, das sieht schon nice aus mit der goldenen Waffe, oder nicht? Wie kann das sein? Da. So. Äh, euer was auch immer brennt. Das wisst ihr schon, oder? Nein, ich denk eher nicht. Das macht einfach nur Spaß, wisst ihr. Sehr cool. Hey, du siehst das? Shit, schau dir vor. Oh, Jeeps. Oh, nein. Da kommt noch einer mit dazu. Ah, hier hinten ist schon was kaputt gegangen. Hört auf, so schnell zu fahren. Das ist echt einfach nur actionreich hier. Ich liebe das Spiel. Schade, dass ich erst jetzt auf Max Payne gestoßen bin. Das macht echt unglaublich viel Spaß. Linear oder nicht, es macht einfach nur Fun, dieses Geballer hier. Und ist auch ziemlich abwechslungsreich, finde ich. Viele Ballerspiele werden zu schnell zu eintöönig, aber hier ist unglaublich viel abwechslung mit drin. Das finde ich wunderbar. Ups. Da siehst du mal, du Affe. Och nein. Jetzt haben wir sie wieder verloren. Alles klar, festhalten. Ach, kommt schon. So. Äh, noch was? Komm, wo? Oh, die haben wir ordentlich versenkt. Ist doch mal schön so eine kleine Bootsspritztour mitten durch den Dschungel. Ein kleiner Kugelhagel dabei. Was soll's? So ist der Wetterbericht nun mal. Komm, 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 komm. Sonst noch wer? Säcke. Ich würde sagen, es ist hier gerade so richtig schön spannend. Dann machen wir den kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Ciao.